Hier links können wir sowieso nicht rein. Hier haben wir irgendwas zum aktivieren. Und wir könnten unser Schwert anpassen. Okay, das ist quasi um den Lift zu holen. Ich weiß nicht, ob ich das nur für meinen Kopf mache, den Lift immer zu aktivieren. Ich weiß nicht, ob der dann danach funktioniert, auch wenn wir nur da oben sind. Ich brauche irgendwie für den Kopf einmal diese Liftfahrt, um für mich sicherzustellen, dass wenn ich dann da unten bin, der Lift da auch hoch fährt. So, wir könnten hier weiter gehen. Oder einmal kurz sehen, ob auf der Treppe hier irgendwas ist, was wir noch einsammeln können. Ja, hier haben wir was. Guter Fund. Priorit. So, jetzt ist die Frage. Da drüben kommen wir sowieso rein. No. So. Oh. Oh. Nein, 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 nein. Komm schon jetzt. Das ist nicht gefährlich um die blöde Trophäe zu bekommen. So, jetzt komm her und lass dich erschießen. Dann halt nicht. So, können wir hier noch was sammeln? Sehen habe ich hier nichts. Geh weiter. Ich sehe mich um und hoffe dafür, dass wir keine Überraschungen erleben. So. So, ist das wieder was verboten? So, gut. Links über die Wand. Dann hier weiter. So, kurz Glück gehabt. So, man könnte hier wieder hoch. Das heißt, da unten ist doch vielleicht was. Oder sind wir hierher gekommen? Ne, wir sind hierher gekommen. Dann einmal hier durch. Ich klettere an einem schrottreifen Kriegsschiff hoch. Fast wie in alten Zeiten. Wo wollen die denn hin? So. So. Und wir können hier drüben jetzt eine Abkürzung freischalten. Ja. Ja, sehr schön. Das machen wir natürlich. Aber um meine Sammelwut irgendwie zu befriedigen, wäre es jetzt noch irgendwie cool. Wenn wir auch was zum Sammeln hätten. Ah, kommt jetzt nicht mehr. So! Ah! Okay, die Macht bringt da ziemlich viel. Kann ich hier auch halten? Nein. Das einzige da unten habe ich irgendeine... Ja, wir müssen eh da runter. Oder? Komme ich da runter? Ah, wird sich zeigen. Kann ich da oben auch rauf? Nein. Wahrscheinlich nicht. Ja. 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 Wir haben Bericht über Feinde in diesem Bereich. Wir werden angegriffen. Hier. Kommst bereit! Haltet den Bereich abgeriegelt. Was immer Ravius vorhat, es hat unerwünschte Aufmerksamkeit erregt. An jedem anderen Tag wäre ein... WD, hier! WD, hier! Halt mir deine Kraft! Lass sie nicht entkommen! Gut. Nicht so schnell! Stimmt! So. Das ganze Schiff weiß jetzt, dass wir da sind, oder? Gut, ich bin zwar der Trophäe jetzt nicht näher gekommen bei diesen Fights, aber... Wir können das irgendwie ausschalten, das ist ja grün, oder? Ne. Ne, die Plattform da drüben ist grün. Zum Deaktivieren ist ja nichts. Ne. Aber da oben kommen wir rauf. Da unten war jetzt eh nichts. Nein. Dann machen wir da mal auf, holen uns die Kiste. Und werfen einen kurzen Blick, wo es denn weitergeht und wo wir hinwollen. Ah, okay. Hier haben wir auf alle Fälle mal eine Abkürzung und wir werden kurz meditieren. Dann kann ich die Stems wieder auffüllen. Gut, sind jetzt auch schon wieder zu viel kämen. Da ziehen müssen wir hierher. Können wir hier auch anders her? Auf der anderen Seite ist ein Einbringling. Mach sie sofort aus. Feind in sich. Wenn es sein muss. So, wir machen erstmal den hier. Er hat alles. Nimm das. Was gibt's? So, jetzt kommen wir. Wupp. Nimm das. Du abschaust. So, geht dann. Du bist. Der Ruhm wird unser sein. Ah. Kommt, Hilfe. Tötet ihn. Ah. Wie? Mann. Das kommt nicht teuer als ich. Wie ist das? Ich hab das nicht gewollt. Das ist nochmal. Du bist verwundet. So, jetzt bin ich tot. Nee. So, stimmt. Und jetzt seid ihr tot. Oh. Eine blockierte Tür? Ich frage mich. Hey, nicht schlecht. Gut, wir haben den Fähigkeitspunkt erhalten. Der war jetzt hier hinten auf der Plattform. Mach dein Ding, Kumpel. Wupp. Oh, Bode ist hier. So. Gut, dass du noch in einem Stück bist. Ah, können wir jetzt. Perfekt. Haben wir das auch. Und hier geht es dann weiter. Oder hier oben. Nee. Gut. Das heißt, als erstes. Schauen wir mal, wie wir da hochkommen. Geht es nicht hier auf? Ah, hier links. Gut. Hier haben wir erstmal eine Kiste. Mal sehen, was wir hier noch finden. Ich, ganz gut. Den Griff vom Hartnäckigkeits- Strang. sonst ist hier aber nichts mehr hier geht es nur noch runter kann man hier runter ohne dass man stirbt ja gut dann würde ich sagen einmal meditieren stems aufladen und weiter geht's ich muss meinen geist freimachen und nachdem wir einen fähigkeitspunkt haben schauen wir mal kurz ob wir den wozuweisen ich glaube so dass wir mittlerweile schon ein bisschen sparen müssen denn die fähigkeiten kosten ja schon bei der parier stange kostet alles nur einen was wir jetzt brauchen ok jetzt müssen wir zwei linker hier noch mal machen oder auch nicht rechts geht sie nicht weiter dann du bist sicher froh dass maryn sich der crew angeschlossen hat ja es freut mich dass sie uns helfen moment hörst du das zerstörer droiden perfekt sie werden nicht wissen was sie erwischt hat so so schwer waren die jetzt nicht ich habe während der klonkriege gegen droide kass gekämpft ich bin erstarrt er musste sie ausschalten ich wette er wäre stolz das hoffe ich mal sehen was uns jetzt hinter dieser tür erwartet ich würde mir hier den boss heute warten das gefällt mir nicht ich bin bei dir so schaffen wir hier vielleicht jetzt jetzt so schwer geht nicht auf da kommt ja Ach, bei den Schnellen schaffe ich es nicht. So, gut, hier haben wir sonst keine Abzweigung. Hier hat auch nirgendwo was geglitzert, also wir können nichts aufsammeln. Nope. Okay, sehen wir mal nach, was wir hier haben. Ein Turbolift. Ist da drin der, von dem ich denke, dass das ist? Das muss ich mir genauer ansehen. Ja, das ist sie. Wo fährt er hin? Zum Kontrollturm. Dann ist das unser Ziel. Ich sehe ein Problem. Da unten. Droiden. Wir haben schon Schlimmeres gesehen. Sieh dir diese GAPs an. Ich habe einen Plan. Nun, ich mache etwas Lärm, locke sie weg. Du schleifst vorbei. Wir treffen uns wieder beim Turbolift. Was denkst du? Das ist riskant. Riskant haben wir längst hinter uns gelassen. Viel Glück. Dir auch. Gut, dann sind wir nah dran, Sieg zu befreien. Sind wir hier an Echo? Das Schiff kann nicht fliegen, aber an Bord befindet sich ein Anger voller Fahrzeuge. Eine Armee, die uns gehört. Bereit, diesen Planeten nach meinem verschollenen Meister zu durchkämmen. Wenn es soweit ist, gebe ich Signal. Was soll Signal? Ich hatte zwar gedrückt, aber ich bin runtergefahren. Ich bin Ihnen nicht entgegen. Okay, heißt wir müssen... Was gibt's? Nee. Nein. So. Gut, hätten wir das auch. So, gibt's hier sonst noch was? Ja, unten wäre noch eine Plattform, aber da kommen wir danach hin. Was ist das hier? Hier können wir nichts machen. Doch, hier sollte ich... Ah, hier ist ja hier rum. Gut, fahren wir runter. Okay, das war wohl das Signal. Das können wir sowieso noch nicht bewegen. So, hier rechts ist auch noch einer davongelaufen vorher. Okay, mit dem Teil können wir noch gar nichts machen. Da müssen wir einfach dran vorbeilaufen. Gleich. Ja, komm her zu mir. Gleich. Ja, komm her zu mir. Ja, komm her zu mir hin. Ja, hau mich runter. Danke. Ja, hau mich runter. Danke. Und auf der anderen Seite links geht's dann rein. So. Gut, haben wir das. Gut, dass wir während dem Laufen automatisch abwehren. Gut, dass wir während dem Laufen automatisch abwehren. Jetzt ist ja wieder einer. Na komm. So. Jetzt ist die gute Frage, da drüben ist sicher irgendwas zu sammeln. Das lassen wir erstmal, aber vielleicht können wir die später irgendwann noch zerstören. Und nun, um meine Arbeit zu testen, droide töte ihn. Roger, roger. Okay, links rein, rechts können wir eh nichts machen. Ich glaube, wir müssen hier schnell sein, denn wir würden Russen haben wir. Das hält mich nicht auf! Verdammt! Komm zurück! Du bist verletzt! Ziemlich schnell! Verdammt! Du bist verletzt! Oh, das muss doch weh tun! Oh, das muss doch weh tun! Schwach! Halte dagegen! Nur ein Kratzer! Alle! Wir sind gleich ein Kratzer! Wie stark du bist! Bewegen kannst du dich! Jetzt müssen wir erstmal die Blockanzeige aufladen. Alles glaube ich nicht! Ich bin so ein Schrimmer, dass ich da lebt. So, jetzt kennen wir den Kerl noch. Na gut, dann einmal hier rüber. Ah, verstehe. Wenn der Container quer steht, drauf. Hey, sieh dir das an. Kannst du sie irgendwie hochziehen? Ich hab eine Idee. Okay, was machen wir jetzt? Da! Nicht schlecht. Kann man lassen. Was sind das für Gebäude? Der Fachbegriff lautet Jurten. Wohnquartiere. Hab sie auf Marek9 gesehen. So viele Jurten, die nervig sind. Wohnquartiere? Dann sind wir ja mittendrin. So, wir wollen jetzt einmal hier links rein. Gut, bald werdet ihr einem neuen Meister dienen. Und links oben können wir meditieren. Das machen wir jetzt natürlich auch. Denn ich hab ziemlich viel Liste ins Verschissen. Funks führt jetzt nicht zum Beispiel. Entweder bis zum Beispiel der Körper ist der Grund, dass der Kaffeein距ong ist. Und es ist ja, wenn wir das, wenn wir jetzt nicht durchführen. Dann werden wir den Kaffeein an,